Alessandro Strigio, genannt der Ältere, war ein italienischer Komponist, Instrumentalist und Diplomat der Renaissance-Zeit. Er komponierte zahlreiche Matrigale und Bühnenmusiken, beide Genres verband er in der von ihm mietentwickelten Matrigalkomödie. Er war der Vater des Librettisten Alessandro Strigio. Leben Strigio entstammte einem Aristokratengeschlecht. Über seine frühen Lebensjahre existieren wenige Zeugnisse. Er hielt sich vermutlich in Florenz auf, wo er um 1560 die ersten Kontakte zu den Medici knüpfte. 1567 sandten sie ihn auf diplomatischer Mission nach England. Während der 1560er Jahre komponierte er zahlreiche Intermedi für Hochzeiten, Besuche und andere festliche Anlässe der Medici. Obwohl er weiterhin für sie als Komponist wirkte, gibt es Anzeichen dafür, dass er Florenz verlassen hat. Strigio hatte Verbindungen zum Münchner Hof und ist vermutlich mehrere Male dorthin gereist. Ein Aufenthalt 1568 dort galt wohl der Aufführung seiner 40-stimmigen Motette E.C.C.E. Bietam Lusen, die er für eine königliche Hochzeitsfeier komponiert hatte. Er schloss in den 1570er Jahren eine Freundschaft mit Wink & Sogalilii. Ob er auch Mitglied der Florentiner Camerata war, ist nicht geklärt. Während der 1580er Jahre pflegte er den Umgang mit den Äste an deren Hof in Faara, wo sich eines der damaligen Zentren der italienischen Musikentwicklung befand. Strigio begann hier in einem für diese Epoche modernen Matrigalstil zu komponieren. Die Werke dieser Lebensperiode sind allerdings nicht erhalten. 1586 kehrte er endgültig nach Mantua zurück, blieb aber in enger Verbindung zu den Medici, für die er noch mindestens bis 1589 weiterhin tätig war. Werk Strigio komponierte sowohl geistliche als auch weltliche Musik erhalten ist ausschließlich Vokalmusik, teilweise mit Instrumentalbegleitung. Er veröffentlichte sieben Matrigalbücher und die Matrigalkomödie Ilzi Calamento delle Donne al Bucato. Als eines seiner beeindruckendsten Werke und zugleich als bedeutende Leistung der Polyphonen-Renaissance-Musik gilt die 40-stimmige Motette E.C.C.E. Bietam Lusm, es gibt Anzeichen, dass er die Swerg oder die 40- bzw. 60-stimmige Messe auf einer Diplomatenreise nach London im Jahr 1567 mit sich geführt hat, so dass sie Thomas Thalys zu dessen ebenfalls 40-stimmigem Spim in Allium inspirierten. Anders als Thalys gab Strigio genaue Anweisungen zur Verdoppelung der Vokal durch Instrumentalstimmen. Die Aufführung von 1568 wurde von je acht Flöten, Altgaben und Posaunen sowie Cembalo und Basslaute begleitet. Die Motette ist märchehörig gesetzt, sie umfasst vier Chöre von jeweils 16, 10, 8 und 6 Stimmen, die räumlich voneinander getrennt aufgestellt sind. Ein noch größer dimensioniertes Werk ist die 40-stimmige Messe mit einem 60-stimmigen Agnus Dei. Sie war lange Zeit verloren geglaubt, wurde von dem Musikwissenschaftler David Moroni entdeckt und als Parodie-Messe zu Strigios Missa Sopra Ecosibito Diorno identifiziert. Das Werk wurde 2007 im Rahmen der Proms in der Royal Albert Hall unter Moronis Leitung neu aufgeführt. Strigios Musik war im späten 16. Jahrhundert weit verbreitet. Ihren starken Einfluss übte sie vor allem auf England aus, wo Alfonso Faabosco damals lebte und den italienischen Stil verbreitete.